Wenn du nach vorne guckst, ich meine, das ist ja schon eine sehr große Sache. Was steht denn da noch für dich an in der Zukunft? Oder was ist noch ein großes Ziel? Weil ich habe das Gefühl, du hast schon alles erreicht, was man erreichen kann, so gefühlt in der Industrie. Ja, es ging bei mir sehr schnell. Ich würde nicht sagen, dass es Glück war. Ich glaube, das war viel Arbeit. Ich habe viel gearbeitet und habe dann irgendwann mir in meinen Kopf gesetzt, diese ganze Arbeit umzusetzen und das zu realisieren. Nicht realisieren, verwirklichen, sorry. Und ja, das habe ich dann gemacht im Laufe der Zeit. Und bis dahin habe ich komplett Deutschrap, glaube ich, ein bisschen rasiert. ECK. ischer